allöchen und tschüss das war überhaupt nicht nett na warte ich komme gleich noch wieder so jetzt komme ich na warte kommt sofort hier runter los na warte du glaubst doch nicht wirklich da ich dich jetzt hier hoch aber das solltest du ja ganz genau warum bin ich eigentlich immer noch hier unten was warum bin ich hier unten kann mir das mal jemand erklären hol ihn sofort hier hoch ganz genau moment mal es ist nicht so wie es aussieht wirklich ra 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 was soll das denn jetzt wie lange soll ich hier noch warten willst du mich eigentlich veräppeln hol mich sofort hier hoch nein das kann ich später machen ok nein du holst mich jetzt sofort hier hoch ich kann nicht so hoch springen ganz ehrlich wie soll ich dich überhaupt hier hoch bekommen kann es nicht mein papa machen nein du hast das angestellt und nun musst du es auch wieder gut machen was aber wie soll ich das denn machen ich hab doch keine ahnung davon ich hab keine ahnung jetzt bin ich aber ganz sauer ja hallo leon was machst du denn hier nicht in mein zäh beißen ok ok komm ich trage euch beide hoch oh danke das ist sehr lieb von dir leon ach da mache ich doch gerne wirklich nein eigentlich nicht nein eigentlich nicht oh danke leon du bist der beste ach ich kann das gerne machen ok ok was ist mit dir die kaputt ich hab dich auch ganz lieb ich hab dich auch ganz lieb wirklich wirklich sehr lieb ok wie kann ich das nur sehr gut machen lass mich einfach los ok und was wolltest du gerade eben sagen ich das wieder gut machen kann indem du mich einfach loslässt aber das hab ich doch schon ja weil du hast mich festgehalten ok hör auf na gut hör auf damit ich hab die nase voll die ganze Zeit euer gelächter zu hören und nun will ich wieder meine Ruhe haben tsch ich verstehe es einfach nicht warum die das alles machen also wirklich bis jetzt ist eigentlich ein relativ schöner Tag oder was wollen wir jetzt noch machen hm hallo was machen wir jetzt leon gleich zieh ich dir seine Socke aus ok ich zieh dir jetzt deine Socke aus wenn du mir nichts sagst was wir heute noch machen äh lass mich los nein lass du los ach man jetzt komm was machen wir jetzt wir spielen ein bisschen mit Hubschrauber aber das haben wir schon zu oft gemacht nö haben wir nicht hier haben wir einen Hubschrauber ein Auto eine Spinne und noch ein Papierflieger und noch ein Papierflieger was soll das eigentlich ich will doch nur ein bisschen Spaß haben und dafür brauche ich keine blöden Papierflieger warum lachst du da sah schon ganz schön komisch aus wie du den Papierknödel weggeworfen hast soll ich den wiederholen? nein brauchst du nicht okay nun wird es wieder ernst wenn du willst kann ich auch gleich das Mini-Leon zerknütteln und kaputt machen oh nein das reicht jetzt aber komm wo ist der Leon? wo bin ich nur? ich finde ihn nicht mehr da ist er ich kann natürlich auch deine Spinne kaputt machen deine Dekospinne Moment, warte, nein oh doch oh yeah ich hab sie schon die hat mich gebissen oh nein was ist hier los? oh nein na warte, ich komme nein lass mich doch mal in Ruhe und alles gut, Tigabo? ja, alles gut okay, das müsste eigentlich genug sein für jetzt oh nein ja, Freunde, auf jeden Fall das war's mit diesem Video lass doch gern ein Like und ein Abo da aktiviert die Glocke und tschüss